So, jetzt geht's weiter in unserer lustigen Interview-Runde hier und diesmal haben wir Susanne hier. Hallo Susanne. Hallo, wie ist die Lage? Ja, alles in Ordnung. Sehr schön. Genau, und wir wollten einfach mal von dir wissen, hörst du auch Giga-Fancast? Sonntags 19.30 Uhr? Ja, gelegentlich, ich bin ehrlich, weil immer nicht. Okay. Weil am Wochenende ist eigentlich immer Freizeit, da muss ich mal viel raus, weil hier sind wir den ganzen Tag im Studio, haben wir keine Fenster. Und deshalb genieße ich am Wochenende auch oft die Luft. Achso, aber du hörst schon ab und zu mal auf jeden Fall rein. Ja, natürlich, ist doch von euch mit Liebe gemacht. Richtig, genau. Und dann kannst du mal alles nachlesen, Giga-Fancast, da geht's auch zum Chat, da sind ja auch schon ein paar Netzreporter drin, Kevin zum Beispiel regelmäßig. Da war ich noch nicht, ich bin ehrlich. Oh, da solltest du mal reingehen, darfst du? Weil Lügen ist doof. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall, Giga-Fancast. Oh, ich hab jetzt Overview, ich komm aber gleich wieder. Ganz aktuell, natürlich. Aber bis gleich. Richtig, das war Susanne gerade, ganz aktuell, hier bei Giga im Studio.